Wow, da kommt ein Flirt, der zur ersten Generation mit dem neuen DB Logo Ex-Amelio. Das ist schon die Marke. Ein Ticko mit dem Ticket, das ist neu. Sehr neu. Die Ausstellung haben uns mal Hamburger Amelio drauf. Ein Ticko mit dem Ticket. Bitte verraten sich, die in den Warnhöhen und Zügen geltende Verordnungsgesetze zur Ascha- und Markentragepflicht. Zulich, die in den Süddeutschland und Landwirtschaft, bitte drücken Sie die gesamten Zuflänge zum Ein- und Aussteigen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Bei dieser Verbindung muss man übrigens in Nebate umsteigen, um weiter nach 100 Fliegen zu fahren. Und zwar in der Ticki. 1,30. Und ohne den Besitz kann man leider noch kein Ticket mehr kaufen, wenn der Automat abgeschaltet wurde. Und die DB kein Interesse hat, gerade auf dem Markt zu fahren. Und dann war das, was mich geht. Wir gehen wieder, wenn wir nicht ein Ticket mehr kaufen gehen. Die Tempe die liar hier nicht.